Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Schädlinge sind im Garten immer wieder ein Ärgernis. Klein aber hartnäckig sind weiße Fliegen. Eigentlich sind sie gar keine Fliegen, sondern Motten-Schildläuse. Eine Art befindet sich häufig an Kohlensorten. Diese wird auch als Kohl-Motten-Schildlaus bezeichnet. Ähnlich wie Blattläuse entzieht die Larve den Pflanzensaft und schwächt damit den Kohl. Zusätzlich verklebt der Honigtau die Blätter und bildet eine Grundlage für Pilze. In diesem Video zeigen wir euch drei einfache Mittel, mit denen ihr die weißen Fliegen in Schach halten könnt. Viel Spaß! Legen wir auch direkt los mit den drei Tipps. 1. Seifenlauge. Wie auch bei Blattläusen ist die Seifenlauge ein nützliches Mittel gegen weiße Fliegen. Fülle etwas Kernseife oder ein Spülmittel in eine Sprühflasche und verdünne dies mit Wasser. Die Seife wird auf die Unterseite der Blätter gesprüht. In diesem Moment sieht man die Schildläuse wegfliegen. Die Seifenlauge hält die Schildlänge davon ab, sich erneut auf die Blätter zu setzen. Zumindest für ein paar Tage. Um damit die weißen Fliegen zu bekämpfen, ist eine regelmäßige Anwendung notwendig. 2. Brennnesseljauche. Eine ähnliche Wirkung wie die Seifenlauge hat die Brennnesseljauche. Wie man sie herstellt, haben wir euch bereits gezeigt. Ihr findet das Video auch noch einmal in der Infobox und unten in der Videobeschreibung. Die Jauche wird verdünnt in die Sprühflasche gegeben und auf die Blätter aufgesprüht. Sie sollte täglich angewendet werden. Ein zusätzlicher Nebeneffekt der Jauche ist, dass sie die Pflanze mit Mehlstoffen versorgt und damit zusätzlich stärkt. 3. Gelbtafel. Die Gelbtafel lockt mit ihrer hellen Farbe die Insekten an. Auf der Klebefläche bleiben sie dann haften. Wenn du die Gelbtafel direkt neben deinen Kohl stellst, sollten die Blätter schütteln, damit die weißen Fliegen herausgescheucht werden und gleich an die Gelbtafel kleben bleiben. Der große Nachteil an dieser Methode ist, dass auch andere Insekten daran kleben bleiben. Mit dabei können auch Nützlinge sein, die Feinde der weißen Fliege sind. Deshalb sollte die Gelbtafel besser nur im Gewächshaus oder im Zimmer verwendet werden. Alle drei genannten Methoden bekämpfen nur das ausgewachsene Tier. Eier und Larven bleiben an den Blättern haften und schädigen die Pflanze weiterhin. Eine regelmäßige Anwendung kann jedoch den Befall nach und nach dezimieren. Hast du einen Befall im Gewächshaus, lohnt es sich, Schlupfwespen zu kaufen. Diese legen ihre Eier in den Larven ab und töten damit die weißen Fliegen bereits im Anfangsstadium. Dazu werden wir sicherlich auch noch ein Video produzieren. Wir hoffen, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Falls du eher ein Freund des schriftlichen Wortes bist und dich für das Thema Garten interessierst, schau gerne auch auf unserem Gartenmagazin unter www.gartenzeile.de vorbei. Bis zum nächsten Mal!